Also viele Vorteile. Lass uns direkt da mal bleiben. Was sind denn die Vorteile bei der Kompatibilität? Ja, also für den Betreiber hat es natürlich den Vorteil erstmal, dass wir die neueste Technik anwenden. Das bedeutet, man kennt die Begrifflichkeit Smart Grid oder das SG Ready. Und das ist eine Technik, die ja schon Jahrzehnte auf den Markt gegriff hat. Aber bisher in der neuen Technik, so wie die Wärmepumpen arbeiten und auch die PV-Anlagen arbeiten, hat es nicht mehr, ich sage es mal ganz einfach, es ist ein Auslaufmodell. Und die Sunspec-Schnittstelle, was Kostal anbietet und was auch wir von NIBE anbieten, bietet hier ganz einfach ein breiteres Spektrum an genaueren Regelungen, genauere Effektivität, was auch die Maschinensteuerung angeht. Und das ist die Zukunft.